Wollten wir heute mal die Orgel erklären lassen, müssen wir mal gucken, ob die Andrea da ist. Und dann kann die uns was zum Orgel erklären. Hallo Andrea, ich spreche dich gerade. Ich wollte ein paar Sachen über unsere Orgel erfahren. Ja, gerne. In der Martin-Luther-Kirche. Wann ist die gebaut worden, wie teuer und alles, was du weißt. Ja, gut. Also die Orgel ist von der Firma Ott 1978 gebaut worden. Und wir haben sie 2006 von der Firma von Fülpmers-Ütrecht aus Holland überholen und neu intonieren lassen. Und ja, seither steht sie so auf unserer Empore und tut ihren Dienst in Gottesdienst und geistlicher Abendmusik. Wie funktioniert eigentlich so eine Orgel? Also die Orgel ist ein, könnte man sagen, Blasinstrument. Das heißt, ich brauche Wind, der in die Pfeifen gehen kann und an den Labien vorne, das sind diese kleinen Löcher, die man sieht, gebrochen wird. Dadurch wird die Windsäule in Schwingung versetzt und es entsteht ein Ton. Der Wind wird hier von einem Motor erzeugt. Der Motor sitzt in der Orgel. Und jetzt zeige ich dir mal, hier sitzt der Orgelmotor hier drunter und das ist der Windkanal. Das ist also nicht ein Heizungsrohr oder ein Abwasserkanal, sondern das ist der Windkanal, mit dem die Luft zum Hauptwerk gebracht wird. Und in den Kanzellen ist dann dieser Wind, sobald ich ein Register ziehe und wenn ich eine Taste runterdrücke, dann wird ein Ventil unterhalb der Pfeife nach unten gezogen. Der Wind kann in die Pfeife strömen und die Pfeife klingt. Das heißt, du hast jetzt für jede Taste, die du hier hast, eine einzelne Pfeife. Und das nicht nur einmal, sondern das sozusagen hier auf dem sogenannten Hauptwerk mal sechs. Das heißt, ich habe hier sechs verschiedene Pfeifen für jede Taste. Ich führe das einmal vor. Das ist der Prinzipal. Dann habe ich die Flöte, eine Holzflöte. Dann habe ich eine Oktave Vierfuß. Jetzt wird es immer höher, dann habe ich ein Zweifuß. Jetzt kommt was Besonderes, eine Mixtur, vier- bis fünffach. Da habe ich nicht nur eine Pfeife, sondern bis zu fünf Pfeifen pro Taste. Das hört man auch, das hört sich so ein bisschen nach Quinten und Quarten an. Und ich habe die Trompete. Ich würde dir gerne noch mal zeigen, wie sie Orgel, also wie die Pfeifen von innen, wie das ausschaut. Dazu könnten wir mal ins Schwellwerk gehen. Und ich mache da mal auf. Und dann kann man nämlich mal hier reinschauen und sieht viele Pfeifen, kleine Pfeifen und große Pfeifen. Und es gilt die Regel, je größer die Pfeife ist, desto tiefer ist auch der Ton. Und je kleiner die Pfeife ist, desto höher wird der Ton. Ich mache jetzt etwas, was sonst außer mir niemand machen darf. Ich hole mal eine Pfeife heraus und puste hinein. Und dann hört man, dass das ein eher hoher Ton ist. Jetzt stelle ich sie hier wieder rein, damit sie wieder ihren Dienst tun kann. Warum hast du hier zwei Manuale? Ich kenne das vom Klavier, da hat man eins. Die unterschiedlichen Manuale brauche ich jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Melodiestimme besonders hervorheben möchte. Wenn wir einen Choral zum Beispiel spielen und ich habe eine Melodie, die ich laut spielen möchte, dann spiele ich so. Zum Beispiel, also das eine Werk klingt so. Hier oben. Und natürlich auch nicht zu vergessen, das Pedal, was ja auch bedient sein will. Und ich spiele dann gleichzeitig mit Händen und Füßen. Braucht man dafür besondere Schuhe? Ja, Zauberschuhe brauchst du dafür. Nein, es reicht, wenn du einen Schuh hast mit einer Ledersohle, ein bisschen schmal vorne, damit man auch gut hier zurechtkommt auf den Tasten. Also mit Bergschuhen spielt sich nicht so gut Orgel und ein bisschen Absatz, damit man eben auch dann bei der entsprechenden Literatur Absatz und Spitze spielen kann. Diese Schuhe sind nicht geeignet, die ich jetzt gerade anhabe. Eine Frage noch zum Abschluss. Warum ist die Orgel die Königin der Instrumente? Sie wird so bezeichnet, weil sie sozusagen unterschiedlichste Klänge, orchestrale Klänge in sich vereint. Ich habe das eben ja schon ein bisschen vorgeführt mit den unterschiedlichen Stimmen. Und hier ist so eine Trompete. Zum Beispiel soll an den Klang einer Orchestertrompete erinnern. Und ich glaube, das führte dazu, dass man sie Königin genannt hat. Sie kann ja auch relativ laut spielen. Große Instrumente zumindest können ganz laut spielen. Diese hier kann laut spielen. Und ich glaube, das führte dazu, dass man sie Königin nannte. Also weil sie so verschiedene Klangfarben in sich vereint. Ähnlich wie in einem Orchester. Ist das eigentlich sinnvoll, die hier oben auf die Empore zu stellen? Es wäre doch viel besser, du würdest von unten spielen. Dass man dich sehen kann und dass man auch die tolle Orgel sehen kann. Ja, das hat architektonische Gründe und es hat akustische Gründe. In früheren Zeiten, also im Anfang des Orgelbaus, waren die Instrumente sehr klein und standen in der Regel im Chorraum einer Kirche. Um dort die Mönche, die Priester bei der Messe und beim Choralsingen zu begleiten. Und mit der Reformation zog ein ganz anderer Anspruch an die Instrumente in die Kirchen ein. Jetzt sollten sie nämlich dazu dienen, die Gemeinde beim Gemeindegesang zu begleiten. Das heißt, die Instrumente mussten größer werden und man suchte den akustisch besten Platz für das Instrument. Und meistens ist das auf einer Empore, wo der Abstrahl, der Klangabstrahl natürlich in den Raum dann am besten ist. Bist du jetzt eigentlich Organistin oder bist du Kirchenmusikerin? Meine Berufsbezeichnung ist Kirchenmusikerin und das impliziert, dass ich Organistin und Chorleiterin bin. Oder Kantorin, sagt man auch. Kantos hat alles, was mit Singen zu tun hat. Da komme ich dann nochmal vorbei und frage, was denn eigentlich eine Kirchenmusikerin ist. Ich will jetzt nicht länger stören. Alles gut, übt noch schön. Sehr schön, danke Rüdiger. Tschüss.